Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Writer, Editiermodus Einfügen und Überschreiben. Im Einfügemodus wird der gesamte Text nach der Cursarposition, hier zwischen Libre und Calc, beim Schreiben nach hinten verschoben und der Text eingefügt. Zum Beispiel Office, so dass am Ende da steht LibreOffice Calc. Im Überschreibmodus wird der Text nach der Cursarposition überschrieben. So zum Beispiel statt Calc jetzt Writer, so dass am Ende da steht LibreOffice Writer. Nur der Überschreibmodus wird in der Statuszeile angezeigt und zwar hier unten. Hier steht jetzt Überschreiben für den Überschreibmodus nach Standard und Deutsch in der Statuszeile. Die Cursarform bleibt unverändert. Zwischen den beiden Eingabemodi können Sie mittels der Taste Einfügen umschalten. Mit der Maus erfolgt die Umschaltung durch Klicken in den Bereich, der den Editierstatus anzeigt. Und zwar hier. Doppelklick drauf und ich bin im Überschreibmodus. Klick drauf und ich bin wieder im Einfügemodus. Der Überschreibmodus kann nicht bei der Aufzeichnung von Veränderungen verwendet werden. Menü bearbeiten. Änderungen. Aufzeichnen. Das war Josef Palfoto im Screencast. Ciao und viel Glück. Tr suprem. cuatro. Vertraue. Das war Josef Palfoto im lien. Das war Josef Palfoto im jaun. Ihnen überstanden. Anzeichen. 风. passat. 我的 эп зр tes Hazen.